Das ist die Liste der Schnellbausteine. Autotext ist ein modernes Wort für den in die Jahre gekommenen Textbaustein. Ein typisches Beispiel ist die Grußformel am Ende eines Briefes. Dokumenteigenschaften zählen ebenfalls zu den Schnellbausteinen. Lassen Sie sich nach dem Einfügen von dem Lametta um den eigentlichen Text nicht irritieren. Es verschwindet, sobald Sie neben den Baustein klicken. Den letzten Baustein bilden die sogenannten Felder. Eine Fundgrube für Tüftler, Spezialisten und Programmierer, aber ein Labyrinth für den Otto-Normalverbraucher. Im Organizer verwalten Sie die Schnellbausteine. Fast alles, was Sie hier sehen, gehört zur Bordausrüstung von Word. Bei Bedarf erstellen Sie eigene Bausteine oder löschen diejenigen, die Sie nicht oder nicht mehr benötigen. Du bist also die Leute. ?